Na, was ist denn das jetzt? Achso, bitte. Versaut. Ja, versaut. Okay, stopp. Warte, warte, lass, lass, lass. So. Wie ist denn die Gegenwirbel? Wie kriegt man das Ding denn wieder runter? Wie war denn das? Ich glaube, er hat es mit Socken. Mit der Hand? Ja. Haben wir es. Haben wir? Gut. Ein. Läuft. Klappe zu, Affe tot. Zwei, drei Minuten. Die Hand so, okay. Achso, stopp. Mach richtig groß. Er schneidet erst dann, er schneidet deine Hand. So, ich kann richtig, ich kann richtig, ich kann richtig hier, los. Ganz stark. So. Da hakt es, es hakt, es hakt immer an die, bitte. Wenn du es noch langsamer hinkriegst, wäre es natürlich toll. Okay, dann, ich muss die Pappe mitbewegen. Bitte. Okay. Oh, scheiß. Das ist doch super, wenn wir hier in diesem Spruch sehr bekämpft, wenn wir hier in der Lage sind. Und los. Schieben Dinger erst. Ja, ja. Erstmal altes Licht aus. Neues Licht an. So, jetzt. Hände dran. Und zumachen. Okay, ist gestorben. Wieder auf. Los, leise. Draußen, bitte. Oh, 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 oh. Dreh dich im Kreis. Dreh dich im Kreis. Im Kreis? Ja, und guck nach oben und unten und werd ganz verrückt. Ja, du bist. Im Kreis drehen sehe ich ja auch nicht. Wo bist du jetzt? Na ja, jetzt da lang. Irgendwie so in der... Stefan, komm nochmal von hinten da. Er kommt von hinten, da landen muss ich jetzt da landen. Jetzt lauf ich ihn hinterher, lauf ihn, verzweifelt hinterher. Und raus aus dem Bild, raus, 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 raus. Du fängst jetzt einfach ratzpatz an, sprichst du alles mit einer Pause dreimal hintereinander. Ich will nur, deine Hände, deine Hände sind bis da. Klein bisschen die Hand runter, so. Mehr ist gar nicht, ja? Ja. Mehr ist nicht zu sehen, das heißt, vom Agieren, wenn du die Hände noch hoch machst, wenn du was machen willst, bis da. Ich kann sie auch hier lassen. Bus, dann ist es nicht mehr im Bild drin. Ja? Ach so, okay. Das ist jetzt gerade so, dann ist es nicht mehr im Bild. Geht das so? Wir probieren es einfach. Sonst kann Basche auch den Text halten. Oder Basche, stellst du dich hier hin? Willst du probieren? Komm. Dann hat es dir auch was zu tun. Das ist schwierig, weil jetzt habe ich meinen Schatten dort drauf. Wenn du das Ding hältst, ist es super. Ist es okay, ja? Ja. Ja, gut. Wenn es dir nicht so... Mit, ich glaube, ich kann das nicht halten. Wir sehen nichts, Markus. Ja, ich bin jetzt in der Reihe. Ah ja, alles klar. Da musst du immer Obacht geben. Geht das? Ja. Schau mal, ob das noch näher im rechten Winkel zu liegen. Machst du vielleicht noch ein bisschen steiler halten. Mehr so? Alles gut, alles gut. Das ist natürlich super. Das können wir jetzt total kontrollieren. so, die erste, die erste Bewegung war, die erste Bewegung war nochmal, wie? Ich bin engagiert hier. Ich weiß es nicht mehr, wie die erste Bewegung war. Bei Blutig. Ja. Ja, weißt du es noch? Gehen wir aufeinander zu. Bei Blutig? Ne, wir legen uns auf den Rücken. Ach, bei Blutig legen wir uns auf den Rücken und gucken so nach oben. Alles klar? Ne, das geht nicht. Ne? Ne. Ich glaube, bei Blutig drehst du dich ganz zu ihr rum und guckst dir über die Schulter. Alles klar, ich gucke dir über die Schulter. Ach so, ich bleib liegen. Bei Blutig gucke ich dir über die Schulter. Du bleibst zu liegen. Ich bleib liegen. Okay. Kamera läuft. Cornelia. Cornelia. So, ihr seid die absoluten Profis. Action. Könige? Muss das nicht eigentlich Zynike heißen? Frag mich nicht. Und angeblich kommt Kion von dem Hund. Das sind also Philosophen, die auf den Hund gekommen sind. Einer von denen ist Diogenes gewesen. Ah, der berühmte Diogenes. Der in der Tonne. Der hat doch in der Tonne... Genau. Derjenige, der so ganz bedürfnislos lebte. Jetzt schwingt die Kammer an. Neu. Ich bin Stoic. Dann kannst du so tun. Bist interessiert an dir. Und dann fällt dir drei Sekunden später die Aufmerksamkeit wieder weg. Ja. Guckst du auch mal so da rein. Da ist irgendwas, ja. Da könnte was sein. Ne, war nix. Aber dann hast du was. Das ist das Gesicht in der Kamera. Wenn du plötzlich nach da hinguckst, ja. Sobald sie anfangen zu reden, ist dein Interesse schon weg. Du guckst woanders hin. So. Kommt jemand rein. Bitte. Oh nein. Das ist doch zu. Ja, wann ist das denn? Ach nee, da, Fabian. Schnell durch. Wir wollten gerade anfangen. Setz dich hin, bewundere. Setz dich hin. Setz dich hin. Wenn du scheißt, das ist ein zu kurz. Setz dich hin, bewundere. Bitte nicht. Pass auf. Ruhe. 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 In die Antike muss das denn sein? Du schon wieder. Hat doch noch gar nicht angefangen. Kennt man doch alles. Ist doch alles längst bekannt. Weiß doch jeder. Okay, jetzt zeig es mir. Na, kein Problem. Alles fliegt. Erkenne dich selbst. Der King ist der Vater von allen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bravo. Das letzte war aus dem Smirchen, der Restblatt vom Ökst. Drei Mal. Mehr. Und zweitens. Pardon, nee, das ist auch so ein großer Länger. Das ist noch so ein Rotspieler. Da ist es an, hier sind noch ein Tor hier. Okay, eins, zwei, drei. Parmenides. Okay. Die Kamera läuft. Okay, los. Wo ist das da? Ja, los geht's. Wie ist die Erde entstanden? Vielleicht aus Staub. Vielleicht aus Rauch. Heutige Wissenschaftler meinen, das sei vor viereinhalb Tausend Milliarden mindestens und noch mehr Jahren. Fangen wir nochmal an. Genau. nikau. Okay. Vielen Dank.